Lektion 1. Schön, dich kennenzulernen. Hallo, mein Name ist John. Es freut mich, dich kennenzulernen. Hallo John, ich bin Anna. Wir freuen uns, auch Sie kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen, Anna. Also, was führt Sie hierher? Einfach nur erkunden und den Tag genießen. Wie steht es mit dir, John? Hier ist es genauso. Eine Pause von der Arbeit einlegen und die frische Luft genießen. Das hört sich schön an. Es ist immer gut, sich aufzuladen. Auf jeden Fall. Also, Anna, was machst du beruflich? Ich bin Grafikdesignerin. Ich liebe es, kreativ zu sein. Das ist großartig. Ich habe schon immer Menschen mit künstlerischen Fähigkeiten bewundert. Danke, John. Also, wie sieht es bei Ihnen aus? Was ist Ihr Beruf? Ich arbeite im Marketing. Es ist ein dynamisches Feld, das mich auf Trab hält. Das hört sich spannend an. Ich wette, Sie haben großartige Ideen. Ich gebe mein Bestes. Es ist eine Mischung aus Kreativität und Strategie. Nun, es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, John, der kreative Vermarkter. Haha, ich mag diesen Titel. Und es ist toll, dich auch kennenzulernen, Anna, die talentierte Designerin. Danke, John. Auf neue Freundschaften und interessante Gespräche. Ein Hoch darauf, Anna. Lasst uns den Tag genießen und sehen, wohin uns unsere Wege führen. Lektion 2. Brauchen wir Reinigungsmittel? Gute Idee. Benötigen wir Reinigungsmittel? Ja. Lass uns Waschmittel und Spülmittel besorgen. Großartig. Gibt es eine bestimmte Marke, die Sie bevorzugen? Ich mag die mit einem frischen Duft und einer guten Fleckenentfernungskraft. Frischer Duft ist immer schön. Ich werde nach einer zuverlässigen Marke suchen. Perfekt. Wir sollten uns auch ein paar Schwämme und Scheuerbürsten schnappen. Gutes Denken. Wir sind bereit für Reinigungsaufgaben. Vergiss auch nicht Müllsäcke und Papierhandtücher. Richtig. Die sind essentiell. Sie können mir nicht ausgehen. Und nicht zu vergessen die Luft erfrischer. Ah, ja. Wir möchten, dass unser Zuhause angenehm riecht. Genau. Ein sauberes und frisch duftendes Zuhause ist so einladend. Einverstanden. Okay. Lassen Sie uns eine Einkaufsliste für Reinigungsmittel erstellen. Und wir werden die Reinigungsaufgaben gemeinsam angehen, wie ein Team. Team Reinigung. Wir haben im Handumdrehen alles Funkeln. Putzen kann Spaß machen, wenn wir es gemeinsam machen, oder? Absolut. Wir machen es zu einer Putzparty. Putzparty. Wir kommen. Lasst uns diese Vorräte besorgen. Lektion 3. Ich lese und male auch gerne. Neben Outdoor-Aktivitäten lese und male ich auch gerne. Wie steht es mit dir? Das ist cool. Ich lese auch sehr gerne. Es ist eine großartige Möglichkeit, in verschiedene Welten zu entkommen. Auf jeden Fall. Hast du ein Lieblingsgenre oder einen Lieblingsautor? Ich bin ein Fan von Kriminalromanen, vor allem von Agatha Christie. Agatha Christie ist ein Klassiker. Ich selbst mag Fantasy-Bücher. Fantasy ist ein fantastisches Genre. Es regt die Fantasie an. In der Tat. Wie sieht es mit der Malerei aus? Gibt es einen bestimmten Stil oder ein Medium, das du bevorzugst? Ich experimentiere gerne mit Aquarellfarben. Es ist so entspannend und unberechenbar. Aquarellfarben können schöne Effekte erzeugen. Ich stehe mehr auf Acrylfarben. Acrylfarben bieten lebendige Farben und Vielseitigkeit. Gute Wahl. Danke. Es macht Spaß, verschiedene künstlerische Ausdrucksformen zu erkunden. Auf jeden Fall. Kunst ermöglicht es uns, uns auf einzigartige Weise auszudrücken. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, sich zu entspannen und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Dem kann ich nur zustimmen. Lesen und Malen machen so viel Freude. Auf jeden Fall. Wir haben eine tolle Balance zwischen Hobbys, nicht wahr? Auf jeden Fall. Lasst uns weiter erforschen und genießen, was wir lieben. Ein Hoch darauf, Anna. Auf unsere kreativen Abenteuer. Lektion 4. Wir haben Gäste, die vorbeikommen. Wir haben Gäste, die zu uns kommen. Wunderbar. Das ist spannend. Lassen Sie uns die Buchung sofort bestätigen. Absolut. Ich rufe im Hotel an und sichere die Reservierung. Und ich bereite das Gästezimmer so vor, dass es gemütlich und einladend ist. Tolle Idee. Wir möchten, dass sich unsere Gäste wohlfühlen. Ich sorge dafür, dass es frische Handtücher und zusätzliche Kissen gibt. Ausgezeichnet. Wir sollten uns auch mit ein paar Snacks und Getränken eindecken. Gutes Denken. Wir wollen gute Gastgeber sein und Leckereien anbieten. Vielleicht können wir sogar eine lustige Aktivität während Ihres Aufenthalts planen. Das wäre fantastisch. Etwas Unvergessliches und Angenehmes. Wie wäre es mit einem Spieleabend oder einem Filmmarathon? Beides hört sich lustig an. Lasst sie uns zu unserem Gästeprogramm hinzufügen. Perfekt. Unsere Gäste werden eine tolle Zeit bei uns haben. Sie werden mit wunderbaren Erinnerungen an ihren Aufenthalt nach Hause gehen. Lass uns die Buchung bestätigen und uns auf ihre Ankunft vorbereiten. Auf jeden Fall. Es ist an der Zeit, den roten Teppich für unsere Gäste auszurollen. Der Hospitality-Modus ist aktiviert. Lass es uns zu einem unvergesslichen Aufenthalt machen. Wir sind die Gastgeber mit den meisten. Lass uns das tun, John. Lektion 5 Ich liebe es, neue Lebensmittel auszuprobieren. Ich liebe es, neue Lebensmittel auszuprobieren. Wie steht es mit dir? Ich auch. Fragen wir den Ladenbesitzer nach Empfehlungen. Gute Idee. Sie kennen die besten Gerichte in der Gegend. Auf jeden Fall. Sie werden uns helfen, versteckte Schätze zu entdecken. Ich freue mich darauf, einige lokale Spezialitäten zu probieren. Ich auch. Ich hoffe, Sie haben auch ein paar leckere Desserts. Oh, einem guten Dessert kann ich nie widerstehen. Irgendwelche Präferenzen? Ich bin offen für alles, was süß und genussvoll ist. Hier ist es genauso. Bereiten wir unsere Geschmacksknospen auf einen Genuss vor. Unser Food-Abenteuer beginnt jetzt. Auf geht es. Los geht's, bereit zu erkunden und unser Verlangen zu stillen. Hungrig und neugierig. Mal sehen, was der Ladenbesitzer empfiehlt. Möge die Reise der Feinschmecker beginnen. Tauchen wir ein, Anna. Lektion 6. Networking Events können einschüchternd sein. Networking Events können einschüchternd sein, findest du nicht? Absolut. Aber ich habe eine tolle Herangehensweise gelernt. Oh, teile doch. Was ist Ihr Geheimnis? Gehen Sie immer mit einem echten Interesse an anderen an das Networking heran. Das ist ein fantastischer Tipp. Es macht Gespräche bedeutungsvoller. Genau. Die Leute wissen es zu schätzen, wenn man wirklich neugierig auf sie ist. Es ist viel besser, als nur über uns selbst zu reden, oder? Auf jeden Fall. Beim Aufbau von Verbindungen geht es um Zuhören und Lernen. Also sollten wir nachdenkliche Fragen stellen und aktiv zuhören? Bingo! Zeigen Sie Interesse, und das Gespräch wird natürlich fließen. Daran werde ich mich erinnern. Es nimmt auch den Druck. Auf jeden Fall. Networking wird angenehmer und authentischer. Außerdem lernen wir unterwegs interessante Menschen kennen. Man weiß nie, welche Möglichkeiten sich aus diesen Verbindungen ergeben können. Stimmt. Beim Netzwerken geht es nicht nur darum, was wir gewinnen können, sondern auch darum, was wir anbieten können. Genau. Es ist eine Einbahnstraße des gegenseitigen Nutzens. Ich fühle mich jetzt sicherer, was das Networking angeht. Danke, Anna. Jederzeit, John, gehen wir mit echter Neugier an die Sache heran und haben wir Spaß. Lektion 7. Sollte man einen Anzug tragen? Wenn du einen guten Eindruck machen willst, solltest du einen Anzug tragen, auch wenn die Firma eher leger ist. Es ist immer besser, sich konservativ zu kleiden. Das stimmt. Es zeugt von Professionalität und Respekt. Auf jeden Fall. Sie wollen zeigen, dass sie die Gelegenheit ernst nehmen. Aber was ist, wenn alle anderen leger gekleidet sind? Es ist immer noch besser, leicht overdressed als underdressed zu sein. Ich denke, du hast recht. Es ist besser, sich positiv abzuheben. Genau. Außerdem können Sie Ihr Outfit jederzeit an die Atmosphäre anpassen. Also vielleicht ein Anzug mit einem etwas lässigeren Touch? Das könnte funktionieren. Ein Anzug mit einem entspannteren Hemd oder Accessoires. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke für den Rat, Anna. Kein Problem. John, sei einfach selbstbewusst und sei du selbst. Weise Worte. Ich werde mich auch darauf konzentrieren, mit meiner Einstellung einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das ist der Spirit. Viel Glück. Und ich bin sicher, dass du es großartig machen wirst. Danke, Anna. Eure Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Lektion 8. Ich habe gehört, dass Sie Projektoren im Besprechungsraum zur Verfügung stellen. Hey, Anna. Ich habe gehört, dass Sie Projektoren im Besprechungsraum zur Verfügung stellen. Das ist großartig. Das wird unsere Präsentationen viel einfacher machen. Absolut. Sie müssen sich nicht mehr mit kleinen Bildschirmen herumschlagen. Und nicht mehr blinzeln, um den winzigen Text zu lesen. Wir können alles übersichtlich darstellen und etwas bewirken. Außerdem können wir unsere tollen Bilder in voller Größe präsentieren. Es wird wie ein Mini-Kino-Erlebnis sein. Vielleicht sollten wir etwas Popcorn für den Effekt mitbringen. Haha. Das würde das Treffen auf jeden Fall unterhaltsamer machen. Wer sagt, dass Arbeit keinen Spaß machen kann, oder? Absolut. Machen wir uns bereit, Sie mit unserer Präsentation zu verblüffen. Licht, Kamera, Action. Wir werden den Projektor rocken. Bereit, zu glänzen und unseren Erfolg zu projizieren, Anna. Lass es uns zu einer Blockbuster-Präsentation machen, John. Lektion 9. Ich habe immer Mühe, mein Gepäck am Flughafen zu finden. Ich habe immer Mühe, mein Gepäck am Flughafen zu finden. Wie sieht es bei dir aus, Anna? Oh. Ich habe einen Trick. Meiner ist ein schwarzer Koffer, um den ein rotes Band gebunden ist. Das ist clever. Es muss zwischen all den anderen Taschen leicht zu erkennen sein. Auf jeden Fall. Das rote Band sticht hervor und ich verliere es nie aus den Augen. Ich sollte so etwas ausprobieren. Vielleicht ein heller Gepäckanhänger. Das ist eine tolle Idee. Etwas einzigartiges und auffälliges. Ich werde nach einem flippigen Design suchen, das schreit. Pick me. Haha. Du wirst dein Gepäck nie wieder vermissen. Das ist sicher. Ich muss nicht mehr unbeholfen auf ähnlich aussehende Taschen starren und hoffen, dass es meine sind. Genau. Sie sparen Zeit und vermeiden Verwechslungen. Danke für den Tipp, Anna. Du bist ein Gepäck-Profi. Ich helfe gerne, John. Lassen Sie uns das Reisen ein bisschen lustiger machen. Auf jeden Fall. Bringen wir etwas Farbe und Stil in unser Gepäckspiel. Gute Reise, John. Möge Ihr Koffer immer wieder zu Ihnen zurückfinden. Und dir auch, Anna. Auf stressfreies und leicht identifizierbares Gepäck. Lektion 10. Ich liebe Cäsar Salat. Das ist wirklich gut. Ich liebe Cäsar Salat. Es ist eine klassische Wahl. Das werde ich auch als Vorspeise haben. Große Köpfe denken ähnlich, Anna. Auf jeden Fall. Wir haben ähnliche Geschmäcker. Ich kann den knusprigen Croutons und dem würzigen Dressing nie widerstehen. Und vergessen Sie nicht den Parmesan. Es fügt diese zusätzliche Köstlichkeit hinzu. Ja. Es bringt den Salat auf ein ganz neues Level. Dem kann ich nur zustimmen. Es ist eine perfekte Kombination von Aromen. Es macht mich hungrig, wenn ich nur daran denke. Hier ist es genauso. Bestellen wir gleich die Cäsar Salate. Ich freue mich schon darauf, jeden Bissen zu genießen. Salatzeit. Wir kommen. Guten Appetit, John. Guten Appetit, Anna. Lassen Sie uns diesen Leckerbissen gemeinsam genießen. Lektion 11. Hast du ein Lieblingsessen? Hast du ein Lieblingsessen? Auf jeden Fall. Ich liebe Burger. Sie sind so saftig und sättigend. Burger sind eine klassische Wahl. Was ist deine Lieblingssorte? Ich bin ein Fan von einem guten alten Cheeseburger mit allen Toppings. Mit einem klassischen Cheeseburger kann man nichts falsch machen. Es ist ein Publikumsliebling. Auf jeden Fall. Aber ich probiere auch gerne einzigartige Burger-Kreationen. Wie was? Ich hatte mal einen Burger mit Erdnussbutter und Speck. Überraschend lecker. Erdnussbutter und Speck auf einem Burger? Das ist interessant und lustig. Es war eine wilde Kombination, aber irgendwie hat es geklappt. Köstlich komisch. Ich muss abenteuerlustig sein und es mal versuchen. Auf jeden Fall einen Versuch wert. Vielleicht entdecken Sie einen neuen Favoriten. Ich bin immer für kulinarische Abenteuer zu haben. Danke für die Empfehlung, Anna. Gern geschehen, John. Viel Spaß bei den Burger-Eskapaden. Wird schon gehen. Lass die Burger-Quest beginnen. Lektion 12 Einige Hotels haben strenge Stornierungsbedingungen. Wenn es um Stornierungen geht, kommt es auf das Hotel an. Das stimmt. Einige Hotels haben strenge Richtlinien. Richtig. Wir sollten sicherstellen, dass wir die allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen. Auf jeden Fall. Es ist wichtig zu wissen, worauf wir uns einlassen. Wir wollen keine Überraschungen oder zusätzliche Kosten. Genau. Es ist besser, sich im Voraus zu informieren. Lassen Sie uns also die Stornierungsbedingungen vor der Buchung überprüfen. Guter Plan. Wir können mögliche Kopfschmerzen vermeiden. Ich habe diese Lektion schon einmal auf die harte Tour gelernt. Ich auch. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Einverstanden. Lassen Sie uns kluge Reisende sein und unsere Nachforschungen anstellen. Weise Worte. John. Wissen ist Macht. Auf jeden Fall. Anna. Lassen Sie uns fundierte Entscheidungen treffen und unsere Reise genießen. Auf stressfreie Buchungen und reibungslose Reisen. John. Ein Hoch darauf. Anna. Lassen Sie uns beruhigt auf ein Abenteuer gehen. Lektion 13. Ich habe in letzter Zeit versucht, mich gesünder zu ernähren. Weißt du, Anna. Ich habe in letzter Zeit versucht, mich gesünder zu ernähren. Das ist großartig, John. Nahrhafte Lebensmittel sind wichtig für unser Wohlbefinden. Auf jeden Fall. Ich möchte mich energiegeladen fühlen und mich um meinen Körper kümmern. Da stimme ich dir zu. Welche Änderungen haben Sie an Ihrer Ernährung vorgenommen? Ich habe mehr Obst und Gemüse eingebaut. Ausgezeichnete Wahl. Sie sind vollgepackt mit Vitaminen und Mineralstoffen. Ich habe auch versucht, verarbeitete Lebensmittel zu reduzieren. Das ist ein kluger Schachzug. Sie können reich an ungesunden Zusatzstoffen sein. Das ist aber nicht immer einfach. Ich sehne mich immer noch nach diesen ungesunden Snacks. Oh. Ich kenne den Kampf. Aber denken Sie daran, dass Mäßigung der Schlüssel ist. Du hast recht. Ich sollte mich nicht völlig berauben. Gönnen Sie sich gelegentlich etwas, aber konzentrieren Sie sich darauf, Ihren Körper zu nähren. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke für die Ermutigung, Anna. Jederzeit, John. Wir sind gemeinsam auf dieser gesunden Reise. Ein Hoch auf nahrhafte Entscheidungen und ein glücklicheres, gesünderes Wir. Ein Hoch darauf, John. Lassen Sie uns die Vorteile von gutem Essen genießen. Lektion 14. Unser Haussalat und Knoblauchbrot sind beliebt. Anna, ist dir aufgefallen, wie beliebt unser Haussalat und Knoblauchbrot sind? Auf jeden Fall, John. Sie sind immer ein Hit bei unseren Kunden. Ich denke, die Leute lieben die Frische des Salats und die Knoblauchartige Güte des Brotes. Ich kann es Ihnen nicht verübeln. Der Kombination kann man nur schwer widerstehen. Es ist wie eine Kombination, die im kulinarischen Himmel gemacht wurde. Haha. Du hast recht. Sie holen das Beste aus sich heraus. Ich kann nicht anders, als stolz auf unsere köstlichen Kreationen zu sein. Wir sind ein tolles Team, John. Unser Essen ist ein Hit. Und das alles dank deiner tollen Rezepte, Anna. Oh. Hör auf. Du bringst mich zum Erröten. Es ist wahr, Anna. Ihre Kochkünste sind erstklassig. Nun, ich könnte es auch nicht ohne deine Expertise in der Küche machen, John. Ah, danke, Anna. Wir sind ein großartiges Kochduo. In der Tat, unser Haussalat und unser Knoblauchbrot sind auch ein dynamisches Duo. Haha. Das sind sie auf jeden Fall. Lass uns weiterhin gemeinsam die Geschmacksnerven erfreuen, Anna. Absolut, John. Auf weitere leckere Kreationen und zufriedene Kunden. Ein Hoch darauf, Anna. Lasst uns weiter einen Sturm kochen. Lektion 15. Wissen befähigt uns. Anna, es ist so wichtig, informiert zu bleiben und sich aktiv an den Dingen zu beteiligen, findest du nicht? Auf jeden Fall, John. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein und sich zu engagieren. Egal, ob es sich um Neuigkeiten, Community-Events oder sogar Hobbys handelt, es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. Dem kann ich nur zustimmen. Wissen befähigt uns. Außerdem macht es Gespräche interessanter und bedeutungsvoller. Auf jeden Fall. Wir können uns einbringen und von anderen lernen. Es ist, als wäre man Teil eines größeren Ganzen, oder? Genau. Wir werden zu aktiven Teilnehmern an unserem eigenen Leben. Und wer weiß, welche Möglichkeiten und Zusammenhänge sich ergeben können. Das ist das Schöne daran, informiert und engagiert zu sein. Also, lass uns bewusst versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben, Anna. Absolut, John. Lassen Sie uns die Neugier annehmen und Chancen ergreifen. Ein Hoch darauf, aktiv und informiert zu sein und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ein Hoch darauf, John. Lassen Sie uns jeden Tag zählen. Lektion 16. Hast du Empfehlungen für eine Beilage? Anna, hast du irgendwelche Empfehlungen für eine Beilage? Wie wäre es mit geröstetem Gemüse, John? Das hört sich lecker an. Welche Art von Gemüse schlagen Sie vor? Lass uns mit einer Mischung aus buntem Gemüse wie Karotten, Brokkoli und Paprika gehen. Tolle Idee. Die leuchtenden Farben machen das Gericht auch optisch ansprechend. Auf jeden Fall. Und das Rösten bringt Ihre natürliche Süße und Ihren Geschmack zur Geltung. Ich kann mir schon vorstellen, wie der Duft die Küche erfüllt. Es wird eine perfekte Ergänzung zu unserem Hauptgericht sein. Ich bekomme Hunger, wenn ich nur daran denke. Nun, lass uns das Gemüse in den Ofen schieben und eine leckere Beilage genießen. Ich bin aufgeregt. Geröstetes Gemüse ist es. Danke für den Vorschlag, Anna. Sehr gerne. John, lassen Sie uns unser Essen noch angenehmer machen. Prost auf schmackhafte Beilagen und sättigende Mahlzeiten, Anna. Prost! John, lasst die Röstung beginnen. Lektion 17 Einflussreiche Persönlichkeiten können unser Markenimage wirklich verbessern. Anna, ich denke, einflussreiche Persönlichkeiten können unser Markenimage wirklich verbessern. Auf jeden Fall, John. Ihre Befürwortung kann Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit bringen. Wir sollten in Erwägung ziehen, mit bekannten Persönlichkeiten in unserer Branche zusammenzuarbeiten. Gute Idee. Ihre Unterstützung kann ein breiteres Publikum anziehen. Außerdem verleiht es unserer Marke einen Hauch von Aufregung und Begeisterung. Auf jeden Fall. Die Menschen vertrauen den Empfehlungen derer, die sie bewundern. Es ist, als würde ein vertrauenswürdiger Freund für unsere Produkte oder Dienstleistungen bürgen. Genau. Es schafft eine positive Assoziation mit unserer Marke. Außerdem denke ich, dass wir in Videoinhalte investieren sollten. Einverstanden. Videos haben eine starke Wirkung und fesseln die Zuschauer. Wir können unsere Produkte präsentieren, unsere Geschichte erzählen und mit unserem Publikum in Kontakt treten. Videos machen die Marke sympathischer und einprägsamer. Und angesichts der Popularität von Social Media und Plattformen wie YouTube ist das ein kluger Schachzug. Lasst uns kreativ werden und überzeugende Videos produzieren, um unser Publikum zu fesseln. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, Anna. Lassen Sie uns unsere Marke auf ein neues Niveau heben. Absolut, John. Auf einflussreiche Kollaborationen und fesselnde Videos. Ein Hoch darauf, Anna. Lassen Sie uns unsere Marke zum Strahlen bringen. Lektion 18. Das Wetter wird wärmer. Anna, das Wetter wird wärmer. Wie wäre es mit einem Eis? Das hört sich für mich gut an, John. Ich liebe eine süße Leckerei an einem heißen Tag. Großartig. Sollten wir auch etwas Sonnencreme einpacken? Auf jeden Fall. Wir wollen uns keinen Sonnenbrand holen, während wir unser Eis genießen. Gut gedacht, Anna. Sonnencreme ist ein Muss für den Schutz. Und vergiss nicht, einen Hut zu haben, um unser Gesicht vor der Sonne zu schützen. Richtig. Ein stylischer Hut verleiht unserem Ausflug etwas mehr Flair. Dann sind wir bereit. Eiscreme, Sonnencreme und Hüte. Ich kann mir schon vorstellen, wie erfrischend das Eis schmeckt. Ich auch. John, es wird ein köstliches und sonniges Abenteuer. Lass uns ein paar schöne Erinnerungen sammeln, Anna. Absolut. John, auf Eis und sonnige Tage. Prost, Anna. Lass die Eisabenteuer beginnen. Lektion 19. Sollten wir uns vorher Filme oder Serien ansehen? Anna, sollten wir uns vorher ein paar Filme oder Serien ansehen? Klingt nach einem Plan? John, lasst uns einen gemütlichen Filmabend veranstalten. Auf welches Genre hast du Lust, Anna? Wie wäre es mit einer Komödie? Lachen ist immer eine gute Idee. Dem stimme ich zu. Lassen Sie uns etwas Unbeschwertes und Lustiges finden. Okay. Lass uns eine Liste mit lustigen Filmen machen, aus denen du wählen kannst. Wir können auch Popcorn und Snacks zubereiten. Perfekt. Filmabende sind nicht komplett ohne leckere Leckereien. Übrigens, denkst du, dass es notwendig ist, Plätze im Theater zu reservieren? Es ist eine gute Idee. Vor allem, wenn es sich um einen beliebten Film oder eine geschäftige Zeit handelt. Okay, lasst uns unsere Plätze reservieren, um uns einen guten Platz zu sichern. Großartig. Wir werden ein garantiert unterhaltsames Filmerlebnis haben. Ich kann unseren Filmabend kaum erwarten, Anna. Es wird ein Riesenspaß. Absolut. John, Lachen und gute Gesellschaft. Was will man mehr? Ein Hoch auf Filmabende und endloses Lachen. Prost. John, lasst den Filmmarathon beginnen. Lektion 20 Die Expansion in neue Märkte haben wir auf dem Radar. Anna, die Expansion in neue Märkte haben wir auf dem Radar. Das stimmt, John. Es ist eine Wachstumschance, die wir nicht ignorieren sollten. Wir müssen mehr Kunden erreichen und unsere Markenpräsenz erhöhen. Einverstanden. Aber bevor wir eintauchen, müssen wir mehr recherchieren. Absolut. Wir sollten Markttrends und Wettbewerb analysieren. Und die Bedürfnisse und Vorlieben der Zielgruppe zu identifizieren. Es ist wichtig, auch die kulturellen Unterschiede zu verstehen. Genau. Wir wollen unsere Strategien effektiv an jeden Markt anpassen. Möglicherweise müssen wir auch unsere Produkte oder Dienstleistungen lokalisieren. Und starke Partnerschaften oder Vertriebskanäle aufbauen. Es ist ein großes Unterfangen. Aber mit sorgfältiger Planung können wir erfolgreich sein. Genau. John, langsam und stetig gewinnt das Rennen. Lassen Sie uns mehr Informationen sammeln und einen soliden Expansionsplan entwickeln. Klingt nach einem Plan. Wir sorgen dafür, dass wir gut vorbereitet sind. Auf den Vorstoß in neue Märkte und das Ergreifen von Chancen. Prost. John, lassen Sie uns unser Geschäft zu neuen Höhlen führen. Lektion 21. Ist es weit weg von hier? Anna, ist es weit weg von hier? Nein. Es sind nur fünf Minuten zu Fuß von hier. Oh, das ist praktisch. Wir werden nicht weit reisen müssen. Absolut. Es ist fußläufig erreichbar. Ich bin froh, dass wir uns keine Sorgen um den Transport machen müssen. Ich auch. Das spart Zeit und Geld. Außerdem können wir die frische Luft genießen und uns die Beine vertreten. Es ist eine Win-Win-Situation, John. Ich freue mich jetzt darauf, den Ort zu erkunden. Das gleiche hier. Lass uns loslegen. Moment. Erinnerst du dich an den Namen des Ortes? Ähm. Ich glaube, es heißt The Sparkling Café. Haha. Nah genug. Lassen Sie uns dort einen prickelnden Kaffee finden. Klingt nach einem Plan, John. Lass uns Koffein trinken. Prost auf kurze Spaziergänge und guten Kaffee, Anna. Prost, John. Lasst uns auf unser Mini-Abenteuer gehen. Lektion 22. Wir sollten wachsam sein bei unbeaufsichtigten Taschen. Anna. Wir sollten wachsam sein, wenn es um unbeaufsichtigte Taschen geht. Absolut. John. Sicherheit sollte für uns oberste Priorität haben. Wenn Sie verdächtige Taschen sehen, lassen Sie es mich wissen. Mach dir keine Sorgen, John. Ich werde die Augen offen halten und alles Ungewöhnliche melden. Danke, Anna. Ihre Liebe zum Detail ist lobenswert. Vorsicht ist besser als Nachsicht, oder? Auf jeden Fall, Anna. Wir alle spielen eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit. Gemeinsam können wir ein sichereres Umfeld für alle schaffen. Das ist richtig. Wir sind ein Team, das aufeinander aufpasst. Bleiben wir also wachsam und melden wir alle Bedenken umgehend. Einverstanden. Unser Bewusstsein kann einen Unterschied machen. Absolut. John. Sicherheit geht immer vor. Ein Hoch auf eine sichere und wachsame Gemeinschaft, Anna. Prost. John. Lasst uns unsere Umgebung schützen. Lektion 23. Ich möchte eine Aktivität finden, um meine Herzfrequenz zu erhöhen. Anna. Ich möchte eine Aktivität finden, um meine Herzfrequenz in die Höhe zu treiben und meinen Kopf freizubekommen. Das ist eine tolle Idee, John. Bewegung ist dafür perfekt. Was glaubst du, wie lange ich anstreben sollte? 30 Minuten sind eine gute Dauer für den Anfang. Okay. Ich werde mir diese Zeit nehmen. Hast du irgendwelche Vorlieben für die Art der Übung? Ich jogge gerne, bin aber offen für Vorschläge. Hast du schon einmal Rad gefahren? Es ist eine unterhaltsame Art, aktiv zu bleiben. Das hört sich interessant an. Ich werde es versuchen. Eine andere Möglichkeit ist das Tanzen. Es bringt ihr Herz zum Pumpen und hebt ihre Stimmung. Tanzen? Das könnte lustig und unterhaltsam werden. Auf jeden Fall. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich auszutoben und eine gute Zeit zu haben. Okay. Ich werde Radfahren und Tanzen zu meinem Trainingsprogramm hinzufügen. Fantastisch, John. Sie haben eine Vielzahl von Aktivitäten, um motiviert zu bleiben. Danke für die Vorschläge, Anna. Los geht's. Gern geschehen, John. Ein Hoch darauf, aktiv zu bleiben und die Reise zu genießen. Prost, Anna. Lass die Abenteuer in der Bewegung beginnen. Lektion 24. Ich komme aus Brasilien. Anna, ich komme aus Brasilien. Wie steht es mit dir? Ich komme aus Kanada. John, es freut mich, dich kennenzulernen. Genau so. Anna, hat Ihnen Ihr Besuch in Brasilien gefallen? Oh ja. Brasilien ist ein wunderschönes Land mit einer lebendigen Kultur. Das freut mich zu hören. Was hat dir am besten gefallen? Die Strände waren unglaublich und das Essen war köstlich. Ah, die Strände. Brasilien ist bekannt für seine atemberaubenden Küsten. Auf jeden Fall. Ich konnte nicht genug von Sonne, Sand und Meer bekommen. Hast du traditionelle brasilianische Gerichte probiert? Ja. Ich habe mich Faijoada und Brigadero gegönnt. Sie waren unglaublich. Faijoada und Brigadero sind beliebte und leckere Optionen. Ich wünschte, ich hätte länger bleiben können, um mehr von Brasilien zu erkunden. Nun, du bist immer herzlich eingeladen, wiederzukommen, Anna. Danke, John. Ich würde gerne eines Tages wieder nach Brasilien reisen. Es wäre toll, dir mehr von der Schönheit meines Landes zu zeigen. Ich freue mich darauf, John. Auf unvergessliche Reisen. Prost, Anna. Möge unser Fernweh uns immer wieder zu neuen Abenteuern führen. Lektion 25 Haben Sie den Anstieg der E-Commerce-Verkäufe bemerkt? Anna, hast du den Anstieg der E-Commerce-Verkäufe bemerkt? Ja. Es war ein Game-Changer für Unternehmen. Auf jeden Fall. Online-Shopping ist beliebter denn je. Es ist praktisch und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Außerdem kann man bequem von zu Hause aus einkaufen. Keine langen Schlangen oder überfüllten Geschäfte mehr. Und die Möglichkeit, Preise einfach vergleichen zu können, ist ein großer Vorteil. Auf jeden Fall. Es hilft den Verbrauchern, fundierte Entscheidungen zu treffen. Hattest du schon mal lustige Erfahrungen mit Online-Shopping? Naja. Mal habe ich mal aus Versehen einen riesigen aufblasbaren Dinosaurier bestellt. Haha. Das muss eine Überraschung gewesen sein, als es ankam. Auf jeden Fall. Es nahm das ganze Wohnzimmer ein. Online-Shopping kann zu unerwarteten Abenteuern führen, wie es scheint. Das ist sicher, John. Es bringt etwas Spannung in den Prozess. Trotz gelegentlicher lustiger Missgeschicke ist der E-Commerce gekommen, um zu bleiben. Auf jeden Fall. Es hat die Art und Weise, wie wir einkaufen und Geschäfte machen, revolutioniert. Ein Hoch auf die Welt des Online-Shoppings, Anna. Prost! John, lasst uns nach Herzenslust klicken und shoppen. Lektion 26 Schau dir dieses coole Gadget an, das ich für mich selbst gekauft habe. Anna, schau dir dieses coole Gadget an, das ich mir gekauft habe. Oh, das ist großartig. Ich will auch einen. Wirklich, großartig. Wir können Gadget-Kumpels sein. Es ist schön, ein neues Spielzeug zum Spielen zu haben. Auf jeden Fall. Wir können seine Funktionen gemeinsam erkunden. Hast du die Bewertungen gelesen, bevor du es gekauft hast? Ja, sie waren positiv. Also habe ich den Sprung gewagt. Gute Entscheidung. Es ist wichtig, etwas zu recherchieren. Ich freue mich darauf, alle Funktionen auszuprobieren. Wir können Mini-Gadget-Wettbewerbe veranstalten. Wer kann mehr? Haha, das hört sich nach einer lustigen Herausforderung an, Anna. Lasst uns aber aufpassen, dass wir nicht zu besessen werden. Einverstanden. Gadgets sind großartig, aber die Balance ist der Schlüssel. Ein Hoch auf unsere neuen Spielzeuge und den verantwortungsvollen Umgang damit. Prost, Anna. Auf endlosen Spaß und technische Abenteuer. Lektion 27. Sollten wir eine höhere Bildung anstreben? Anna, lass uns über unsere Möglichkeiten sprechen und darüber, ob wir eine höhere Ausbildung anstreben. Das ist großartig. Bildung spielt eine wichtige Rolle für das persönliche Wachstum. Es stimmt, es öffnet Türen zu neuen Möglichkeiten. Hast du dir schon überlegt, für welches Studienfach du dich interessierst? Ich tendiere zu Wirtschaft oder Informatik. Das sind sowohl vielversprechende als auch gefragte Felder. Was ist mit dir, Anna? Gibt es bestimmte Bereiche, die Sie in Betracht ziehen? Ich begeistere mich für Umweltwissenschaften und Nachhaltigkeit. Das ist fantastisch. Wir brauchen mehr Menschen, die sich für eine grünere Zukunft einsetzen. Die Hochschulbildung kann uns das Wissen und die Fähigkeiten vermitteln, die wir brauchen. Es ist aber eine große Entscheidung. Wir sollten die Vor- und Nachteile abwägen. Absolut. John, wir müssen Faktoren wie Kosten und Engagement berücksichtigen. Und auch über alternative Wege wie eine Berufsausbildung oder eine Berufsausbildung nachdenken. Einverstanden. Es gibt verschiedene Wege zum Erfolg. Lassen Sie uns mehr Informationen sammeln und eine fundierte Entscheidung treffen. Klingt nach einem Plan? John, Bildung ist eine lebenslange Reise. Ein Hoch auf die Erkundung unserer Möglichkeiten und die Verfolgung unserer Träume. Prost, John, auf eine Zukunft voller Wissen und Wachstum. Lektion 28 Wohnungssuche kann eine Herausforderung sein. Anna, die Wohnungssuche kann eine Herausforderung sein, nicht wahr? Auf jeden Fall, den richtigen Ort zu finden, kostet Zeit und Mühe. Manchmal fühlt es sich an wie eine nie endende Suche. Ich weiß, was du meinst. Die Möglichkeiten können überwältigend sein. Und die Konkurrenz ist auch groß. Erzähl mir davon. Es ist wie ein Wettlauf um eine gute Wohnung. Bist du auf irgendwelche lustigen oder seltsamen Inserate gestoßen? Oh, auf jeden Fall. Ich sah einen mit einer riesigen Gummiente in der Badewanne. Haha, das ist sicherlich ein interessantes Verkaufsargument. Ich habe mich gefragt, welche Überraschungen ich sonst noch finden könnte. Nun, die Wohnungssuche hält uns auf Trab. Stimmt. Aber ich glaube, dass wir irgendwann den perfekten Ort finden werden. Geduld und Beharrlichkeit werden sich auszahlen, Anna. Ein Hoch darauf, John. Auf die Suche nach unseren Traumwohnungen. Prost, Anna. Lassen Sie das Apartment-Abenteuer weitergehen. Lektion 29. Ist dir aufgefallen, wie schnell sich Sonnenuntergänge verändern und leuchtende Farben haben können? Ja, es ist wirklich fesselnd, Zeuge einer solchen natürlichen Schönheit zu werden. Die Art und Weise, wie der Himmel von einer Farbe in eine andere übergeht, ist faszinierend. Ich verstehe, warum du gerne Sonnenuntergangsfotos machst, John. Auf jeden Fall. Jeder Sonnenuntergang ist einzigartig und birgt seinen eigenen Zauber. Hast du irgendwelche Tipps, um tolle Sonnenuntergangsfotos zu machen? Das Timing ist entscheidend. Seien Sie vorbereitet und suchen Sie sich einen guten Aussichtspunkt. Die Beleuchtung muss auch eine entscheidende Rolle spielen, oder? Auf jeden Fall. Experimentieren Sie mit verschiedenen Blickwinkeln und Kompositionen. Ich muss es mal ausprobieren. Das hört sich lustig und lohnend an. Du wirst es genießen, Anna. Sonnenuntergänge haben eine Art, die Seele zu beruhigen. Das kann ich mir vorstellen. Es ist, als würde sich das Meisterwerk der Natur entfalten. Ein Hoch auf die Schönheit der Sonnenuntergänge und die Freude, sie einzufangen. Prost! John, lassen Sie uns Sonnenuntergänge jagen und bleibende Erinnerungen schaffen. Lektion 30 Ich mag eine klassische Margarita. Anna, ich mag eine klassische Margarita. Wie steht es mit dir? Das ist eine gute Wahl. Margaritas sind köstlich. Hast du noch andere Lieblingscocktails? Ich bin ein Fan von Mojitos. Sie sind erfrischend und minzig. Mojitos sind großartig, besonders an einem heißen Sommertag. Hast du schon mal eine Pina-Cola da probiert? Sie sind tropisch und cremig. Ja, das habe ich. Sie geben mir das Gefühl, im Urlaub zu sein. Was ist mit Martinis? Es gibt sie in so vielen Geschmacksrichtungen. Martinis sind edel. Ich mag einen guten Espresso-Martini. Oh, Espresso-Martinis sind perfekt für Kaffee-Liebhaber. Auf jeden Fall. Es ist wie ein Cocktail und ein Koffeinschub in einem. Prost auf unsere Lieblingscocktails und gute Zeiten, John. Prost, Anna. Erheben wir unsere Gläser und genießen wir den Moment. Prost, Anna. Erheben wir unsere Gläser und genießen wir den Moment.